Die Borussia aus Mönchengladbach sichert sich ablösefrei die Dienste eines 19-jährigen Stürmertalents und Nationalspieler vom FC Bayern München. Hört sich so an sich vielleicht ein bisschen spektakulärer an, als es tatsächlich ist, aber dennoch ist es mir auf jeden Fall ein Video wert, denn mit Grand Leon Rannos hat ein sehr interessantes Talent bis 2027 bei Gladbach unterschrieben, den ich in diesem Video gerne mal näher beleuchten möchte. Rannos ist in Deutschland geboren, war lange in der Hannoverjugend, ist dann eben kurz zum BVB und von dort zu den Bayern gewechselt. Dort zerschießt er aktuell die Regionalliga mit 20 Toren und 13 Vorlagen in 35 Spielen der aktuellen Saison, was einer Torbeteiligung alle 83 Minuten entspricht, aber auch das Jahr zuvor überzeugte er bei der U19 und ebenfalls teilweise schon in der zweiten Mannschaft der Bayern. Und so wurde dann tatsächlich auch die armenische A-Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam, für die er aufgrund der Herkunft seiner Eltern spielberechtigt ist und debütierte dann eben für diese im März diesen Jahres im Alter von 19 Jahren und erzielte in seinem einzigen Einsatz bis jetzt gegen Zypern zwei Tore in nur 65 Minuten Spielzeit. Auch wenn er bei den Münchnern schon mit der ersten Mannschaft trainieren durfte, hat er dennoch keine wirkliche Chance dort bekommen und deshalb hat man seinen Vertrag eben auslaufen lassen zum jetzigen Saisonende hin, weshalb die Gladbacher seine Dienste nun sogar ablösefrei erwerben konnten, während auch eine Rückkehr zu Jugendclub Hannover 96 im Gespräch war. Ranos Hauptposition ist als zentraler Stürmer, er kann aber durchaus auch über den Flügel kommen bzw. sich auch mal leicht fallen lassen. An seiner Heatmap sieht man, dass er eine gute Strafraumpräsenz hat, aber auch gerne mal über außen kommt, vorzugsweise über halb links und dann eben mit seinem starken rechten Fuß nach innen zieht. Man kann ihn als sehr mobilen und vielseitigen Stürmer beschreiben, der sich durch seine guten Laufwege in gute Abschlusspositionen bringt und diese auch recht eiskalt nutzen kann durch seinen guten Abschluss. Dennoch bringt er auch eine solide Physis mit, mit der er sich recht gut behaupten kann, wenn gleich er nicht wirklich als klassischer Zielspieler agiert, so ist er zum einen nicht wirklich Kopfballsteig und auch keiner, der die Bälle dauerhaft vorne drin festmacht und da mit langen Bällen gefüttert werden kann. Des Weiteren muss er sich auf jeden Fall auch noch im Spiel gegen den Ball noch verbessern, um seinem Team im Pressing einen Mehrwert zu bieten. Ranos hat zwar eine gute Grundgeschwindigkeit, ist aber dennoch keiner, den man andauernd in die Tiefe schickt. Er ist durchaus technisch versiert, hat ein gutes Passspiel oder wie man heutzutage auch sagt, ein gutes Link-Up-Play vorne drin, was ja auch seine vielen Vorlagen zeigen, wobei er jetzt kein Kreativspieler ist, der viele Key-Passes spielt, sondern er halt den vorletzten Pass spielt, um seine Mitspieler dann halt eben zu bedienen vor dem Tor. Im Dribbling ist er zwar oft noch recht leichtsinnig, zeigt aber schon recht gute Ansätze und kann sich da auf jeden Fall auch noch verbessern. Bei all den Stärken und Schwächen, die er eben aufweist, sticht dann für mich dann doch recht klar seine Fähigkeit als Torjäger heraus, der einfach einen guten Instinkt im gegnerischen Drittel hat und durch ein gutes Movement eben häufig an der richtigen Stelle steht. Abschließend stellt sich natürlich die Frage, inwiefern Grand Leon Rannos eine Verstärkung für Borussia Mönchengladbach darstellt. Grundsätzlich ist er rein vom Profil her eine sinnvolle Verpflichtung für die Stürmerposition, auf der er den ablösefreien Abgang von Maikis Thuram mitkompensieren soll. Seine Spielweise ist recht ähnlich, wenn auch nicht so physisch und mit weniger tiefen Läufen. Daher macht die Verpflichtung aber dennoch Sinn, sofern Farke Trainer bleibt, wonach es derzeit aber nicht wirklich aussieht. Aber dennoch kann er natürlich auch unter einem anderen Trainer seine Stärken einbringen, wenngleich er auf keinen Fall Stürmer Nummer 1 sein sollte, da er sich definitiv noch weiterentwickeln muss und nicht dem vollen Druck ausgesetzt sein sollte als Stürmer, der eben direkt liefern muss. Dass er zu gut für die 4. Liga ist, das ist auf jeden Fall klar, das hat er gezeigt. Dennoch ist der Sprung in die Bundesliga halt eben extrem riesig, auch wenn ich es ihm perspektivisch gesehen durchaus zutraue und so denke ich, dass er auf jeden Fall eine gute Verpflichtung ist. Ablösefrei kann man da gar nichts falsch machen und ich denke, er wird auf jeden Fall nach und nach so seine Einsatzzeit bekommen, wenn gleich man da schon noch namhaftere Neuzugänge erwarten sollte. Das soweit meine Einschätzung zu Grand Leon Rannos, der Neuverpflichtung von Borussia Mönchengladbach. Was sagt ihr zu ihm? Teilt ihr meine Einschätzung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!